Ja, meinen herzlichen Glückwunsch, zehn Jahre Radregion Rheinland e.V., ein runder Geburtstag und es war eine kluge Entscheidung, das vor zehn Jahren zu gründen. Wir sehen alle, wie wichtig der Fahrradverkehr nicht nur in der Stadt Leverkuhn ist, sondern inter-, quasi regional und deshalb alles, alles Gute für die nächsten vielen, vielen Jahren mit dem wichtigen Thema Radverkehr. Alles Gute und auf eine gute Fahrradtour. Dankeschön.